Und wer weiß, wo Jesus überall ist? Anto? Na, du bist nicht an, Nina. Wer schnippst schon rein? Kinder, wer weiß, wo Jesus überall ist? Überall. Weißt du, wo Jesus überall ist? Du hast gesagt. Genau, überall. Was ist denn überall alles? Es geht über mir. Dann machen wir so. Über mir. Nina, willst du vormachen? Applaus für Nina. Nina aus Remscheid. Remscheid. Es war immer ihr Traum, einmal in Remscheid. Also über mir, unter mir, neben mir, rechts und links. Aber ihr müsst es andersrum denken. Ja, du musst es andersrum machen. Genau. Hier war einfach das Gleiche, was Nina macht, das sie verkannt hat. Über mir heißt das Lied. Einmal auf dem, ne? Da war ich auf dem, ne? ั viher. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Rechts und links, vor mir, hinter mir und sogar in mir drin Über mir, unter mir, neben mir Rechts und links, vor mir, hinter mir und sogar in mir drin Manchmal spiel ich Eskimo, der am Nordpol wohnt Krieg als Astronaut mit ner Rakete bis zum Mond Reitend beim Indianerspiel Oder bin ein Superheld, doch ich vergesse nie Wo ich bin, bist du denn? Wo ich bin, bist du denn? Du bist hinter mir, unter mir, neben mir Rechts und links, vor mir, hinter mir und sogar in mir drin Über mir, unter mir, neben mir Rechts und links, vor mir, hinter mir und sogar in mir drin Über mir, unter mir, neben mir Rechts und links, vor mir, hinter mir und sogar in mir drin Das Video habe ich 2018 auf den Freaksock aufgenommen Hallo, ich bin Jenser Christ Jesus ist natürlich auch in mir und über mir Und überhaupt ist Jesus überall, wo ich bin Er war auch 2018 mit mir auf den Freaksock Und da habe ich einige Sachen gefilmt Und unter anderem beim Abschlusskratesdienst Habe ich dieses wunderschöne Lied aufgenommen Allerdings habe ich es nicht geschafft Die, die da auf der Bühne stand Und die dann nachher die Bewegung gemacht hat Zu fragen, ob ich das Video veröffentlichen kann Darum habe ich es nie veröffentlicht Wobei, ich bin mir da nicht sicher Vielleicht habe ich sie noch gefragt Aber die Band nicht Vielleicht war es auch so Ich weiß es nicht mehr so genau Auf jeden Fall habe ich die Band 2019 auf den Freaksock getroffen Und sie da gefragt, ob ich sie jetzt veröffentlichen darf Und sie haben mir das erlaubt Und deswegen kriegt ihr es jetzt hier zu hören Ich habe ja noch weitere Videos von Freaksock Und diese werden jetzt hier vielleicht irgendwann mal Auf diesem Kanal entscheiden Mal gucken Ich habe es zwar schon vor ein Jahr angekündigt Und es ist nichts passiert Aber vielleicht passiert es ja jetzt dieses Jahr Denn dieses Jahr findet Freaksock Anscheinend wirklich nicht statt Aber es gibt eine Playliste mit allen Freaksock-Videos Die es hier auf meinem Kanal gibt Vielleicht irgendwann oder irgendwann nicht Naja, mal schauen Und ansonsten findest du hier eine Empfehlung Welche Videos du da sonst noch schauen kannst Achja, und meine T-Shirts Also wenn du mich unterstützen willst Oder wenn du Jesus unterstützen willst Oder was auch immer unterstützen willst Dann kannst du ja mal in meinem T-Shirt-Shop vorbeischauen Und da findest du interessante T-Shirts Ich wünsche dir jetzt noch Gottes Segen Und vielleicht sehen wir uns ja irgendwann mal Auf einen Freaksock Auf einen Freaksock